Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute erneut im Patch 5.24 mit meiner Wenigkeit als Renekton auf der Toplane. Des Weiteren wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2016. Lasst es euch gut gehen. Und falls ihr irgendwelche Vorsätze habt, lasst es lieber sein. Im Endeffekt ändern wir sowieso nichts an unser Verhalten oder an unserer Lebensweise. Von daher, ich würde es geradewegs einfach weglassen. Nur mal so ein kleiner Tipp von mir, am Rande. Wie auch immer, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem nachfolgenden Gameplay. Bis dahin, sehr geil. Aber vielleicht gewinnen wir heute noch ein Game. Wobei, ja, Jasu ist halt ein Champion, der unglaublich viel Skill benötigt. Fust. Ihn richtig gut zu spielen benötigt ne Menge Skill. Du meinst so wie dieses One-Trick-Pony, Jasu, irgendwas Spieler? Weiß ich nicht. Wir haben nicht mal ernsthaft gegen ihn gespielt. Von daher weiß ich nicht mal, ob er wirklich gut war. Aber ich nehm's an. Der weiß wahrscheinlich alle Tricks mit Jasu. Wirklich alle. Also wenn ich tausend Games einen Champion spielen würde, dann müssen wir die ganze Zeit auf die, durch die Minions durchzudaschen. Sechs, sechs Dashes pro Wave zu haben. Ohne Cooldown. Mann, dieser Champion. Der ist balanced. So gut. Ja, so gut. Ist die Frage wirklich, ob der Jasu eher passiv spielt oder aggressiv? Das störe ihn doch einfach. Er hat fucking Teleport dabei. Er hat keinen Teleport dabei. Ich weiß, warum hast du Teleport dabei? Was bist du für ein beschissener Toplaner? Ich finde immer noch Teleport auf Renekton gut. Teleport ist immer noch ein guter Summoner. Selbst mit dem Nerf. Vor allem habe ich da mehr Impact auf die Rains. Du hast so viele Möglichkeiten einfach. Ja, das ist die Sache. Dein Cooldown zu verringern. Oh Gott, die killen mich. Vor allem, ja, Boots nicht mehr. Boots immer noch. Nein. Verarschen haben sie es genügt. Ja, sie haben es geändert. Das wäre sonst so erpowered gewesen. Ach, Bullshit, ey. Das habe ich schon wieder geändert. Ich habe es heute nachgelesen. Das gibt es nur noch für Flash 30% mehr Movement Speed. Wenn du geflasht hast für eine Sekunde. Teleport, Flash and Ghosts ist 15% reduziert. Das haben wir das Spell-Cooldowns. Das blaue, oder? Ja. Kurz. Ah, ich habe noch das zusätzliche durchgelesen. Ich dachte, das wäre noch das zusätzliche. Ja, also ich finde es ziemlich gut. Ja, das stimmt schon. Und da es kein Homegut mehr gibt, ich kaufe sie sowieso. Ja, ich beginne ja so. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Komm, Bro. Outsch. Das ist ein Minion-Aufro. Man merkt schon richtig, da ist ein besserer Spieler am Rechner dran, gerade. Na, trotzdem. Oh mein Gott, ich bin so tot. Ah, Kinred. My bad. Wobei, Kinred war gerade nicht. Okay. Okay. Kann mich aber nicht all-innen. Nigga. Jetzt fängt er langsam aber sicher damit an. Ich muss halt noch aufpassen. Im Gegensatz zu mir. Alter. Ich, ich kotz. Kotz. Was machst du? Oh, Kindred ist so behindert. Non-stop-sustain. Fucking. Fucking drei Autotacks am Reimer. Ah, die sind in Top-Land. Und zwar. Der hat sich ausgekauft. Die Frage nur, was. Ah, die zwei Destorants. Zwei Heal-Pots. My bad. Nichts wird mich stoppen Das sehe ich jetzt schon Geil, töte sie, dann haben wir es, ja, wuff Wuff Ja, wir sind früher reingeflaschen, hätte ich sogar überlebt, aber gut Das passt Oh Gott, siehst du den Das war nicht mal so schlecht prediktet Das war echt nicht schlecht, kann man nix gegen sagen Das ist eine Frage, ob du nochmal das kannst Langsam hat er sicher, hat er Angst Er weiß genau wie er zu spielen hat Er weiß genau wie er zu spielen hat Er weiß genau wie er zu spielen hat Ja 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 Ja. Verstehung, ich bin aufgeregt Ich muss nur überlegen, was ich für ein Bild nehme Ich toppe das hier Ja, also wieder top lehnen Äh Ich weiß noch nicht, wie ich den genau einschätzen kann, aber er spielt ordentlich Spielt wirklich ordentlich Jetzt pusht er mich ein, sehr gut Das ist wiederum nicht so gut Da ist er, kriegt er auch noch Na Holy sin, holy sin Wo ist denn der jetzt? Ja, soll er jetzt wieder hin? Ah, der hat den jungle gemacht Ich könnte dich so als so ein Teil enthüren, Dude Mach mal Tja, hier haben wir zwei Spiele Tja Kein Teleport Tja, ich glaube es wird er mad, ich hoffe es Oder ich hoffe, dass er mal ein bisschen richtiger, also dass er richtig spielt gegen mich Nicht sowas veranstaltet Er hat geflasht Hat immer noch Ignite dabei, aber er kann nicht gegen Renekton gewinnen, das ist nicht möglich Für ihn, heißt Yasu Was ist nicht möglich Das ist nicht möglich Nein, ja! Ja, gegen Hanecdon zu spüren, so verdammt, ja. Oh mein fucking Gott, ich hatte meine Ulti nicht mehr auf Dings. Ah, Cancer. Top-Plan ist übrigens Dissin. Wenn der Typ, der gerade gejoint ist, mit S anfängt, kann er abdregen. Kann er abdregen. Hm. Was soll der sonst gegen Renek machen? Ja, der verliebt grad ziemlich hart. Die Frage aber, wie er zurückkommt. Die Lane, wahrscheinlich schon. Na, da ist er schon. Wie sehen die anderen Lanes aus, Julian? Ach, das geht eigentlich. Was ist eigentlich wirklich? Bin ich da beruhigt. Was? Ich hab noch TP im Notfall, aber das möchte ich nicht unbedingt gegen den Yasu benutzen. Völlig Sinn wartet darauf, seine Pink zu verteidigen. Was? Das ist ein bisschen sad. Ist ja schon... Der Typ weicht Konfrontationen mit Trainerkon ziemlich gut aus. Schön. Der hat keinen Bock mehr auf Diss. Glücklich nicht. Äh, okay. Bot-Lane. Bot-Lane passt. Easy peasy, mein Freund. Easy fucking peasy. Easy Sinf bottom, okay. Easy Sinf bottom. So macht man es also als Diamond 2 spielen. Wenn man die Lane verliert, dann geht man einfach drauf in die Jungle. Ja, warum nicht. Den Lanvers ist einfach so viel ich ich kann. er wird halt wieder können wir den diven ja ich denke wir können ihn diven ja er hat bis jetzt noch kein fertig seid er ist sicherlich weggegangen ne ist er nicht ne ist er nicht dann komm ich top müssen wir 100 zu nullen können ich hab keinen Ignite aber du hast auch keins ja aber ich hab meinen Stun ok ich bin da warte mal stacken 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 ok er kann gegen dich dashen sowas wurde hoch den musst du jetzt holen oh god bitte ok ich hab dir das flasht ich wollte es ist vielleicht besser aber irgendwie wäre er sonst noch im Kopf was ist hier nichts n ist tot morgana könnte top sein aber morgana ist top also war kurz top also ich könnte nicht genau das gleiche machen wie ich den mal low elo mache warten bis er kommt und dann wird ich bin ein bisschen dreist ich bin ein bisschen dreist ja schon ein bisschen dreist na bot tower fällt dafür aber du kriegst ich könnte von hinten eigentlich tp'n ja top obwohl ich glaube da kann ich nicht drauf tp'n du kannst du könntest ich kann ich glaube das geht gar nicht oder natürlich geht es auf eine ward tp'n die ist an der wahn bürsten sie bevor ja nein 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 ich hab kein e oh da komm komm oh er macht lol ja ist in ordnung ja mein tauch jetzt bin 100 komm 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 da ist ne pinke würd's jetzt machen kann ich weg ulten ein ward drüber wär zwar gut aber oh fuck okay ein tower ist weg top lane dafür das ist in ordnung das ist in ordnung damit kann ich leben hab die lane verloren hast du auch fcs hat der jetzt gerade ich kann grad nicht nachschauen 37 ab und sonst mehr 27 ab und sonst mehr ab und sonst mehr hi elo poppy der jaso sollte dir sein elo geben er sein elo geben jau 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 ich glaube ich sollte das noch nehmen des camp ja nehm ich auch ich glaube ich sollte das noch nehmen des camp ja nehm ich auch ich will ihn Möchtet Okay, einer ist Mütter und der Tower ist weg, perfekt, ich hab kein TV, ich hab kein TV, da kommt die Sim, da kommt die Singer, und da kommt Ari Hoffentlich, ja, es verfehlt Nice, die Ari macht einen guten Job Die Ari macht dich einen guten Job Ich hab meine Mitte, der hat ja auch schon Ja, ich komm auch Oh ja, ran, ran Geht die oben rum? Oh, die kannst du ja irgendwo dazu holen Ja, kann ich Easy, Partner Cool, oder? Als Renekton Ich weiß Oh, der hat einen extremen Buff bekommen nach meiner Meinung einfach nur, durch das Blackfeber Und durch die Cool Reduction Meta Guck mal, da kommt der Yasuo, der Yasuo ist gar nicht zu Der macht kein Damage Okay Ja, ja, eins für eins Ja, du stirbst wahrscheinlich noch, oder? Du stirbst Nee Ah Ah Doch, doch, doch Ah doch, doch Das trifft Okay Komm, Tristana Ich bin bisschen sed Dass das getroffen hat Obwohl ich gesitrt bin Oh Egal Ich versuche Bei diesen Inkzack Versuchen Erh das ist ein Tilt-Game wenn man das gewinnt dann ist okay dann steht man nie wieder League auf Legends, okay? und jetzt schon ja macht aber auch schon ordentlich damage der Nocturne ist Ari gestorben oder warum war die jetzt nicht da? ah ja ist ja geschoben damit das stimmt ja oh ja du machst so viel damage wieso bekommt die Lebe zurück? Kindred passiert aber Adidas hat gepasst Hauptsache der Renekton macht so viel Schaden aber tankt auch alles weg der Champion ist stark der Champion ist stark der hat unglaubliche Base-Werte ja aber halt Null Skalierung geht eigentlich, also im Let-Game kann ich auch was locker One-Shotten ja gegen Rengar Rengar wird du wahrscheinlich auch verlieren gegen Renekton gegen Gengar 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 noch der Champion Gengar oh Jasus Mitte Jasus total underleveled okay das heißt total underleveled unter mir okay gleich zwei 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 drei T die Frage ob der der Seriös nimmt weiß ich nicht vielleicht ist es kein Jasu Spieler ja es ist kein Jasu Spieler der hat hier den Spongo Skin ja es ist so ja es ist so naja schlimmstens wenn es jemals released wird oh das habe ich gerade schattet du hast falsches gestunnt egal hat sich trotzdem gepasst wir brauchen keine Hilfe oder? ne ne quatsch ich glaube ich kaufe mir Full-Armor der macht hier das Wolf-Camp von dem braucht ihr gerade nicht zu befürchten naja ich habe 220 Adi das reicht vollkommen um die Endwert von 100 Aufnahme zu bringen ich habe TP übrigens ich muss nur schreien ja du musst nur schreien ich muss nur schreien ich verstoppe nicht soweit nö ne Wort, ne Wort, ne Wort, der Engwen ne Wort, der Engwen ah das ich habe ich habe ich aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh Flasch durch ich hochte hier alle ja das sieht doch.. nicht zu schlecht aus Ich bin für eure Sünden gestorben Ist ok Hat alles weggetankt Wecket Baus Ok In Ordnung Jetzt habe ich gerade gar nicht damit Ok Der Q von Morgana hat gerade 500 Damage gemacht Damit habe ich gerade überhaupt nicht gerechnet Sonst werde ich jetzt geflasht Komplett verkalkuliert gerade In Ordnung, da muss ich mir das hier kaufen Ihr könnt übrigens auch das hier machen Das hier Oh, ich wollte irgendwo hin Oh, es passt soweit Ich habe getankt, das war meine Aufgabe Und du sollst break worden Nein Nein Ich komme aber gleich So, kommen wir weg War ein guter Tipp hier Gute Wort, danke Jojo Ich ruine hier Der Ari alle Ich ruine hier Ich ruine hier Ja, ich ruine mir Und du sollst Ich ruine das Ich ruine hier Was... Ja Nein Ich trau euch nicht, ich trau euch nicht, wolltest du was? Wie hieß du? Alles geplant! Nein! Wow, liebe Manuel, was ist da los? Easy, Partner! Alles geschlagen, Sack! Mit Renekton geteilt, alles klar! Ja! Ja! Perfekt! Immerhin etwas noch, am heutigen Abend! Scheinbar funktioniert doch Poppy Support! Es funktioniert, ich hab's nur grauen vorhin schon! Ja! 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 Ja!